Leider ist mein Vertrauens-Posen-Fistel. Leider ist mein Vertrauens- Entschuldigung, ich hab Quatsch gesehen. Das sehe ich allerdings anders. Ich hatte gestern einen auffragenen... Was? Ich hatte gestern einen auffragenen... Oh! Entschuldigung. Ich hatte gestern einen aufregenden Nachmittag mit Oskar. Sie sind gut. Ja, ich hab schon gehört, ihr wart im Zoo. Ach, scheiße. Stress? Die junge Krebspatientin. Verkraft schnicken. Oder ist der Blutdruck von Frau Kuwella... Kulever. Oder ist Frau Kuwellas... Kulever. Oder ist Frau Kuwellas... Oder ist der Blutdruck von Frau Kul... Oder ist Frau Ku... Kulwe... Wie? Kulever. Kulever. So... Ups. Ein Abendessen kann ich noch auftreiben. Danke. Bumsverderaar. Und wenn noch was sein sollte, einfach klingeln. So. Danke. Entschuldigung. Sie sind dafür nicht qualifiziert. Ich hatte solche Angst um Sie. Ich bin so froh. Ich bin draußen. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.